Ab heute haben wir einen neuen Schüler, der mit uns gemeinsam lernt. Er heißt Lukas. Er hat seine Schule in diesem Schuljahr gewechselt. Lukas, du kannst neben Martin sitzen. Hey Lukas, warum hast du die Schule gewechselt? Ich hatte Mitschüler, die zu mir gemein waren. Ich konnte es dort nicht mehr aushalten. Oh Mann, das tut mir sehr leid. Hier findest du bestimmt gute Freunde. In den nächsten zwei Stunden gehen wir mit der Klasse in den Wald, um eine Bude zu bauen. Ich arbeite mit Nina zusammen. Du kannst auch ein Teil unserer Gruppe sein, wenn du willst. Du kannst auch ein Teil unserer Gruppe sein, wenn du willst. Dein Vorschlag klingt gut. Ich komme gerne in eure Gruppe. Wo ist Nina? Sie hat jetzt Sportunterricht. Wir treffen uns in der Pause auf dem Schulhof. Alles klar. Leider kann Nina nicht mitkommen. Sie hat sich heute ihr Bein beim Basketballspielen verletzt. Oh, das ist echt blöd. Na ja, dann bauen wir die Bude eben zu zweit. Okay, das soll eure Bude sein? Ja, ist toll, oder? Wir haben uns viele Gedanken gemacht. Seit zwei Wochen sind wir dabei, ein stabiles Gerüst für die Bude zu entwerfen. Na ja, so toll ist es irgendwie nicht. Ich hätte mir das anders vorgestellt. Lass uns jetzt mal mit der Arbeit beginnen. Martin? Hol mal bitte zwei große Holzstücke. Okay, aber wozu brauchen wir die? Frag nicht. Mach nur, was ich dir sage. Okay. Lass uns mal eine kleine Änderung vornehmen. Lass uns mal eine kleine Änderung vornehmen. Hier, die Eingangstür ist irgendwie nicht so prickelnd. Hier, die Eingangstür ist irgendwie nicht so prickelnd. Ich stelle mir sie eher rund vor. Wie stellst du dir das vor? Das ist doch gar nicht umsetzbar. Außerdem haben Nina und ich das anders geplant. Außerdem haben Nina und ich das anders geplant. Ein Plan kann ja auch verändert werden. Ein Plan kann ja auch verändert werden. Ich würde sagen, wir bauen alles neu. Du kannst doch nicht alles, was wir gemacht haben, kaputt machen. Wieso denn nicht? Wieso denn nicht? Wir bauen etwas viel Besseres. Wir bauen etwas viel Besseres. Du wirst schon sehen. Nein, Lukas! Hör auf! Hör bitte auf! Du kannst nicht einfach unsere Arbeit zerstören. Was ist denn hier los? Oh nein! Was hast du mit unserer Bude gemacht, Martin? Was hast du mit unserer Bude gemacht, Martin? Nina, bitte hilf mir! Lukas ist so gemein! Ich wusste gar nicht, was für ein großer Baumeister du bist, Lukas! Ich wusste gar nicht, was für ein großer Baumeister du bist, Lukas! Ich wusste gar nicht, was für ein großer Baumeister du bist, Lukas!